Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Volksmusik, herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 5, Folge Nummer 11. Episode 11, wir sind im Level 4-1, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hier in dem schicken Tempel. Und haben da gerade hier das Ding da bedient, mit meiner schicken Konstanze, best game ever, falls du neu zuschaltest hier in meine Sendung. Das ist die liebe Konstanze, meine Kollegin, die ist super, die macht alles, macht scheiniges hier, siehste. Oh, ich höre schon was, müssen wir da links irgendwie hin, oder? Äh, zu dem jetzt, oder? Ja gut, dann gehen wir da hin. Huch, geht nicht, geht nicht, gibt's nicht. Ach, gül, jetzt komme ich da nicht hin, jetzt muss ich... Ah ne, wie komme ich denn da hin? Äh, da sind immer noch ewig viele Dinger, oder wie? Da komme ich nicht runter. Ah, ne, Entschuldige. Äh, was schaue ich denn da? Äh, wie komme ich denn da hin? Da waren wir gerade, dann geht's nur noch da lang. Da geht's nicht runter. Jetzt bin ich wieder... Ah, jetzt komme ich... Oh, oh. Hm, gescheuert schön. Oh, oh, jetzt kommen die alle. So. Muss ich wieder auf die Maus... Oh, Maus umstellen, warte, wo sind denn die? Hä? Da oben. Da oben blinkt's wieder, da ja. Blink. Oh, ne, Konstanze. Ja, jetzt komm, jetzt gehen wir da weiter. Äh, wie ist das? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das macht aber die Konstanze ganz autonom. Wisst ihr? Jetzt müssen wir da wahrscheinlich wieder rum, oder? Oh, warte. Ah. Aha. Ja, ich muss herzlich wenig machen. Geht's jetzt da rum oder da rum? Ah, nee, das ist wieder... Ah, uh, uh, warte. Müsst du einfach mal... Äh, uh, uh, uh. Einfach mal durch irgendwie. Achso, nee, jetzt komme ich da rauf, oder? Hm. Da müssen wir hin, oder? Oder warum ist denn das ganz da rum? Ah, doch, das müssen wir jetzt auch noch ziehen, oder? Ziehen. Wir müssen ja alle Dinger da ziehen, oder? Also, denke ich mal. Falsch kann man es ja wahrscheinlich nicht machen, weil man es ja nicht zurückgängig machen kann, oder? Oder, 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 oder doch, oder wie, oder? Keine Ahnung. Äh, oh, weih, oh. Sag jetzt nicht, dass ich das falsch mache, oder so. Sag das jetzt nicht. Äh, muss ich da... Oh Gott. Jetzt gehen wir da hin, oder? Was macht der wieder? Und das hier? Aha. Oh, oh. Ja, unten auch. Musst die jetzt da warten, oder wie? Achso. Hä? Ich hätte gedacht, die muss jetzt warten. Warte. Achso, gut. Also, jetzt suche ich die andere, oder? Bleibt die jetzt da? Die Kollegin? Doch, die bleibt da. Da muss ich jetzt hier... Oh Gott. Da muss ich jetzt die andere suchen. Oh, nee. Was ist denn das da? Ach, das ist eine Schatzkiste. Guck, da nehmen wir die noch. Oh, Black Panther. Nee, das brauchen wir nicht. Blindenkanaten. Äh, da unten jetzt, oder wie? Nee. Nee. Ach. Ach. Warte. Die andere Kette, das da vielleicht, oder? Nee. Nee. Ist das die? Nee, die ist es nicht. Ach du Scheiße. Naja, komm. Komm. Oh, weia. Na, irgendwo. Oh, oh. Wird die wohl sein? Oh, nee. Was kann ich da suchen? Oh, weia. Oh. Oh, unten jetzt, oder wie? Ah. Oh, nee. Komm, jetzt ziehe ich die schnell. Das wird die sein, oder? Ah, jetzt kommen die Bösen. Komm, alle. Ah. Hilfe. Nee. Komm. Hilfe. Äh. 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 Jetzt ziehe ich das mal. Äh. 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 Was muss ich denn da machen? Komm. Jetzt ziehe ich das aber, komm. Geh. Okay. Ah. Ach, komm. Geht die, ach, geht die jetzt hin, da? Geht die autonom da hin? Das ist ja. Ohne die könnte ich das gar nicht spielen. Äh. Hm. Die geht jetzt hin. Hoffe ich mal. Hoffentlich kommen sie da auch an. Hehehe. Oh, nee. And now? Hehehe. 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 Wobei ja. Witziges Spiel. Sehr witzig. Mhm. 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 Wahnsinnig. Wirklich wahnsinnig witzig. B, B, B. Komm. Warte. Äh. Da ist wieder was zum... Ah. Böser. Böser. Kann ich doch ein Böser? Oh weia. Ah, du Böser. Jetzt muss ich wieder zu meiner Kollegin oder? Ah, die kommen von autonomen Feier. Ah, ah. Ah, jetzt kommen noch Böser. Oh ne. Immer noch, weil die Musik noch läuft. Wo muss ich denn jetzt hin? Gehen wir mal da hin. Jetzt geh ich mal da rauf, oder? Gehen wir mal da rauf. Ah, jetzt wahrscheinlich der, oder? Nicht. Jetzt kommen wieder Böse. Und die so sieht man. Müssen wir jetzt das ziehen? Nee. Nicht. Oder? Ach komm. Wo wohnen jetzt? Äh. 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 Irgendwohin ist so hinten. Da waren wir schon, oder? Irgendwo hier. Irgendwo da rauf, oder da rüber. Ah, warte. Warte. Da waren wir da schon. Äh. Das hatten wir auch schon. Äh. Gehen wir einfach mal rum hier. Witzig. Jetzt waren wir doch überall. Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Schauen wir mal. Äh. Wo ist denn da noch eins? Wo ist denn da noch eins? Ich glaube jetzt. Dann gehen wir wieder da runter. Ich muss da oben hin. Wie komm ich denn da hin? Ähm. Da hin, oder? Nee. Das weiß kei. Ach komm. Da sind wir doch fein. Äh. Äh. Ach komm. Da waren wir schon. Äh. Da. Da. Da irgendwie. Äh. Nee. Wieso denn da unten rauf? Waren wir da schon? Äh. Äh. Da waren wir auch schon. Ach. Kack. Äh. Oh nee. Da geht es nicht. Ach komm. Wie komm ich denn da? Äh. Da sind wir hergekommen, oder? Da waren wir auch schon. Da war ja jetzt. Bin ich voll. Verratzt. Da geht es. Wie geht es denn dann da? Warte. Da. Wo geht es sein? Nirgendwo hin. Ah. Warte. Geh ich. Ach komm. Da. Rein theoretisch. Da um irgendwie. Wie geht es da oben rauf? Da oben. Rauf. Da oben. Ja. Wo geht es da rein? Warte. Da. 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 Irgendwo. Da. Ne. Da. Da waren wir schon. Da ist aber irgendwie. Läuft da noch rein rum. Da jetzt. Warte. Darf ich erspringen? Ne. Da geht es nicht. Oh. Da muss es doch. Komm ich gehe hier im Kreis. Wo geht es denn da jetzt? Da. Da waren wir schon. Das. Wir haben ihn nicht. Ach. Ne. Will ich da überspringen? Ne. Da geht es nicht. Ach. Komm. Ah. Da. Da oben. Ach. Komm. Ne. Da noch was abschießen. Ich komm da nicht. Und. Müsste da irgendwie. Zur Mitte oder. Ah. Da. Warte. Da. Ne. Da waren wir schon. Da rüber irgendwie. Da rüber. Da. Äh. Ach komm. Jetzt. Bin ich. Bin ich. Verloren. Ach. Gott. Ich muss da rauf. Warte. Jetzt mach ich nicht mehr. Wie komm ich denn? Da. Da. Und Sanze. Hilf mir mal. Komm ich denn da rauf? Muss ich da irgendwas abschießen? Ah. Da ist immer noch blöde. Da. Da muss ich. Da rauf. Oh ne. Wie komm ich denn da rauf? Irgendwas übersehe ich da. Ah. Hm. Hm. Wo soll sie denn da rauf gehen? Was macht denn die Rauf? Konstanze? Jetzt ist Ruhe. Die Konstanze noch einen erschossen. Gehts jetzt weiter? Oh ne. Oh ne. Wie lange spiel ich? Warte. Auweia. Kann ja nicht sein. Da gehts nix irgendwie. Da geht auch nix. Wie komm ich denn da rauf? Da. Ah. Muss irgendwie dahin wahrscheinlich, oder? Nee, das hilft mir auch nix Ach, komm, jetzt gehen wir noch mal Ja Aber da kommen wir auch nicht rein Also, jetzt sind wir da unten Da ist zu Da ist Da waren wir schon, da hinten Ach nee, ach, da ist noch ein Kollege Ach, warte, oder? Waren wir da schon? Der Worte Ach nee, jetzt, komm Jetzt haben wir's, oder? Bereit Bereit, bereit Ach, da ist er ja Entschuldigung, ja, tsch Muss auch mal sein Jetzt geht's aber gleich los hier Jetzt, warte Ah, ah, jetzt, ah, ah Jetzt geht's auf, da, komm Sargenhaftes Spiel hier Da kann noch keiner Kontor, tot, tot, tot Und das Ding da noch Ach, jetzt kommt wieder ein Endgegner Jetzt muss ich wieder auf die Oh nee Muss ich wieder ziehen Oh nee Wo ist er? Okay Da schaust du jetzt, Konstanze, gell? Das hättest du jetzt weggedacht, gell? Hahaha Gell, da hast du wieder was gelernt, Konstanze Der hat was Was hat er denn? Da hast du jetzt was gelernt Jetzt müssen wir Da rauf Nee Jetzt da Das ist da wieder mal Check Das ist eine Fledermaus Mit Skorpionenstachel Ganz toll So, ja, hab ich schon erwähnt Nee, mit, äh, Dings da Hirschkäferzange Erwähnte ich bereits Dass es sich hier um ein Horrorspiel handelt Entschuldigung Jetzt müssen wir da rauflatschen, oder? Jetzt geht's aber rauf Komm Sonst haben wir da nix mehr Im Angebot Dann gehen wir da rauf Aha Was jetzt? Nee, geht da nicht anders Nee, dann da rein, oder? Oh, naja Jetzt gibt's gleich wieder Ärger Wer keucht denn da so die Konstanze? Oh, oh, öffne Keucht irgendjemand? Oh, oh Oh, nee Ich kriegflöhe Schau her Das ist die Gundula Gundula Gauze, oder? Oh, meier Oh, oh Du, alter Na, die schaut doch auch ganz nett aus, oder? Hoppla Na gut Bitte keine Kommentare Und der hat eine schicke Uhr Huch, oh nee Botox Das ist der Schwarzenegger mit Gesichtsnimo Hier Der da Oh, jetzt kommt der Idiot wieder da Oh, oh nee Na gut, bitte keine Kommentare jetzt Ach, das geht Das ist der Maskenball Der da Der geht zum Forschung Karneval 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 zu einem Hier Uh, irgendwie Ah, na Ach, das ist der aus Saw Jet, chick saw Oder wie heißt der? Ja, das ist original Der aus Saw, oder? Oh, oh Ah, Entschuldige Spencer Was, Spencer? Was steht da? Da stand Spencer Uruboros Kommt da Ah, Errungenschaft Schau, ja, Treffergrote Präzision Das ist ja toll Jetzt machen wir auf Weiter Neu Jetzt habe ich Was, haben wir ein neues Ah, jetzt habe ich Kann ich nix mehr Granatwerfer Den kaufen Weiter Sonst haben wir nix mehr Explosive Granaten Ja, guck Äh Säure Granaten Die kaufen wir Vielleicht die Bläh, bläh, bläh Granaten Die brauchen wir Äh Schutzschwech Mann Jetzt habe ich ja alles Muss ich jetzt wieder irgendwas Aufnüpfen Warte, wir wollen es Äh Huch Huch Das kann man aufnüpfen Was ist das schon? Äh Warte Kritische Treffer Bist du dich da Mit dem Inventarsystem In jedem Spiel Erstmal auskennst Da musst du erst Dreimal spielen Dann verstehst du das Halbwegs Gut Freunde Äh 4 4 2 Der Kult Ich habe das Kultur Alles zu grün Hier Schau her Ah Kult 3 4 2 Warte Äh Ja Ja Sagen wir ein neues Video an Naja Ne Spiel wir noch rein Warte Äh 4 2 Ist das dann schon 4 1 4 2 4 1 4 2 Gut Spielen wir noch Äh 10 Minuten Haben wir noch Circa Zeit Gespeichert hat er oder? Oh oh Genau Ach komm ich treffe das Ding nicht mehr Das macht sonst die Konstanze Jetzt müssen wir da Oh 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 warte da Was ist da nichts mehr? Ah ich höre schon wieder was Oh 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 naja Da tut aber irgendwas Oh nee Sag mal Auweia Da kann man sich jetzt wieder verlaufen hier Da müssen wir hin oder? Da irgendwie Da ist irgendwas blau ist Für was ist das gut? Äh Untersuchen Hier gibt es drei Ah Aha Ich muss drei Dinger finden Und dann da Einsetzen oder? Oh mei oh mei oh mei Oh mei Da ist das erste Oder nee Au Au Ach du Scheiße Oh mei Oh mei Au 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 Hilfe Au Au Befreit Linker Sick Achso warte Linker Au Au Oh weh Warte da ist Müssen wir aufpassen Da ist Tun die da immer Feuerstrahlen da oder wie Ne Oh weh Warte Da kommt Ach Schau her Oh weh Wenn es da rüber geht Dann kommt Käse Da müssen wir da schnell rüber gehen Muss ich da rüber gehen Jetzt warte Warte jetzt schnell rüber Das sind sie Na die packt das locker Ah Warte Au Da ist der Böse Oder Oh Jetzt müssen wir aber hier müssen wir Oh oh da oben Da hocken aber ein paar Warte Mensch die müsste ich mit der Maus ziehen Oder ich schieße einfach drauf Da Oh oh Wo ist denn das da Äh Wo geht es denn da hin Ne Oh Da ist Na da ist auch nichts Oder Also Nicht glücklich Da geh Geh mal Geh mal da hin Das wird wohl da sein Eins Und Hoppla Einzunen Dingern Ist Oh 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 nee Was soll das sein Entschuldige Oh wei Ah das Aha Was ist denn das Was Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Gehäusche Das Ist so ein Ding Aha Mehr Aha Da brauchen wir drei so Dinge Wie tun wir so blöd Das scheint die Konstanze aber nicht zu Tangieren Dann Müssen wir Müssen wir wieder Oh Jetzt komm Oh Komm wieder böse Oh nee Oh die Konstanze ist ja ja Beleuchtung Schicke Beleuchtung Oh nee Oh Ah Jetzt kommen die alle Rausgehüpft hier Da muss ich B drücken oder Gut dass ich hier schon Halbwegs Mich auskenne mit dem Gamepatch hier Dann müssen wir Wieder Zurück Und in den Irgendwo anderen Da ist wieder die böse Böse Ding Oder Warte Aha Geh mal da vorne Also Wurscht Jetzt ist sie Erst wieder da rüber Jetzt Rüber Konstanze Oh die steht da Jetzt ist sie da drüben irgendwo Da sind wir hergekommen Oder Dann müssen wir Da irgendwo Da ist jetzt auch wieder Feuer Oder Warte Da Oh Oh So jetzt schnell rüber Und da weiter Oh Oh Da geht Nix weiter Ah nee Schau her Muss ich jetzt da durch die Einsparungen da in den Wänden Warte Oh Ja Hoffentlich Kriegt da die Konstanze Nicht kein Feuer Oh Warte Da rein Jetzt müssen wir Voll durch die Einsparungen Da Oh Hoffentlich So jetzt schnell da rein Das kenne ich irgendwie schon Von Das ist so klassisches Tomb Raider Rätsel Jetzt gehen wir da rein Oh Kontrollpunkt Kontrollpunkt Ja Kontrollpunkt Ja die Konstanze steht da Die kriegt ja Feuer Am Hintern Und die da stehen bleibt Oh Oh Jetzt aber Gut Jetzt müssen wir da weiter Oh war ja Warte Gold Na komm Nicht Ah Bober Ah Ah ja Da ist das nächste Komm gar nicht lang rum Hier Komm Ah Hoppla Ein Niko Held Bietet sie Und eine Held Macht Oder macht sie Wieder alles Meistens Ist sie sehr Autonom Die Kollegin Aber da hat sie das erste Mal tatsächlich meine Held benötigt Hier Wahnsinn Ah da liegt das schon her Ist da was? Da ist aber immer noch Musik am Start Ah 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 hey Seitdem brauchst du meine Held Konstanze Jetzt nehmen wir das da Jetzt Entnehmen Ich brauche meine Held Da ist einer Komm Jetzt ist aber Ruhe Aber das ist die Konstanze So schön beleuchtet Schon her Ach das ist aber Eine ganz hübsche Was steht denn da am Felsen Ich weiß keine Eins brauchen wir noch Oder ein Ding Wo mag das sein Und das Ding da hinten Ne da ist nichts mehr Jetzt ist er Nur zurück Wo geht es denn da hin Ah ne Warte da rauf Waren wir da oben schon Wo ist jetzt der Feuer Diese Der hier Ah Das sind jetzt aber keine Einsparungen Muss ich da jetzt rüber springen Warte Da kann ich aber nicht Oh scheiße Wo geht es denn da Da geht es Nirgends weiter Oder Kann ich da rüber springen Der Test da Warte Springen Achso Ne jetzt springe ich Oh Wo bin ich denn jetzt Aha Jetzt ist da auch Feuer Jetzt bin ich wieder unten Oder Wo geht es denn Ah Jetzt bin ich da wieder bei den Einsparungen Wo muss ich denn hin Warte Gehen wir mal Zurück Da So Jetzt gehen wir mal Da sind wir hergekommen Oder Irgendwie Irgendwie fehlt noch eins Jetzt warten wir mal wo sollen Ah da vorn Da vorn Also Wie kommen wir denn da hin Kann ich da nicht Muss ich schon zwei einsetzen Oder wie Erdemblem eingesetzt Mehr im Blumen Ah eins Ach schweiße Eins wie komme ich Ah da vorn ist noch so ein Aussparungsweg Warte Da ist jetzt wieder Oh Ne Da ist kein Doch da Da jetzt rüber Warte Wer wird es da rüber gehen Ne Ach Warte Da ist eine Aussparung Warte Da Das ist gegen die Wand X gegen die Wand Da ist so eine Aussparung Da Einsparung Oh scheiße Jetzt gehen wir einfach mal da rein Ah da Und jetzt da in die Aussparung Hier Konstanz Geh weg Da rein Jetzt warte Jetzt da rein Ah Ah scheiße Der hängt sich Warte Jetzt aber Komm Jetzt geh rein Jetzt sind wir da Fliegen die Wand Ne Brauche ich nicht Jetzt Ah Ah scheiße Ah ne Warte da rein Ach da Jetzt sind wir im Aussparungs Geh sie Hä Geh schon weg Ah ne Da Komm Geh wir da rein Da muss ich jetzt Da Da Darauf Warte Jetzt gehen wir da rauf Einer fehlt noch Da Ah Ne Ach du scheiße Gegen die Wand Da ist so Wo wird der Uh Da ist er auch so ein Ding Oder Na komm Na Ah Lauf mal da hin Äh Ja Wo bin ich denn jetzt Hä Wir haben da geschrieben Ach wo Wo ist jetzt der Dring Ich muss da Ich muss da Ah Ah Da 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 muss ich Jetzt muss ich da in die Mitte rein Oder Da geht's nicht weiter Da ist auch einer Da kommt Da geht's Nicht weiter Geht's da weiter Da geht's nicht weiter Oh ne Da muss ich hin Aha Jetzt sehe ich wenigstens Da muss ich hin Oh ne Da zu dem Da in den Eingang reiten Oder Oh Entschuldige Bin ich schon Oh weia 18 28 38 Oh Jetzt müssen wir aufhören Gut Ich schalt mal kurz aus Und schalt gleich wieder ein Also Tschüss Bis gleich